Im Bezirk Gensendorf sind innerhalb weniger Tage zwei Hochstände gesprengt worden. Die unbekannten Täter haben in Dürngrut und in jeden Späiden zugeschlagen. Die Hochstände sind mit selbst gebastelten Rohrbomben gesprengt worden. Sie wurden schwer beschädigt. Die Detonationen waren so heftig, dass man sie in einem Kilometer Entfernung noch hören konnte. Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich reicht die Sprengkraft aus, um einen Menschen schwer zu verletzen oder gar zu töten. Bei den Vorfällen wurde aber niemand verletzt. Zu einer dritten Detonation ist es dann am Samstag gekommen. Ein Verkehrszeichen wurde gesprengt. Die Überreste der Sprengmittel werden nun vom Bundeskriminalamt untersucht. Hinweise auf den oder die Täter gibt es noch nicht.